Ja hallo liebe Kinder, heute habe ich ein Fingerspiel für euch. Ich bin ein Frosch. Ich bin ein Frosch-Quak-Quak, ich bin ein Frosch-Quak-Quak, ich bin ein Frosch-Quak-Quak, ich bin ein Frosch. Da kommt eine Mücke, da kommt eine Mücke, da kommt eine Mücke. Schnapp! Mhh, lecker! Ich bin ein Frosch-Quak-Quak, ich bin ein Frosch-Quak-Quak, ich bin ein Frosch-Quak-Quak, ich bin ein Frosch. Da kommt ne Wespe, da kommt ne Wespe. Schnapp! Ich bin ein Frosch, Quak, Quak, ich bin ein Frosch, Quak, Quak, ich bin ein Frosch. Da kommt ein Krokodil, da kommt ein Krokodil, da kommt ein Krokodil. Schnapp, schnapp! In meinem Garten! Schnell ein Foto! Ich bin ein Frosch, Quak, Quak, ich bin ein Frosch, Quak, Quak, ich bin ein Frosch. Da kommt ein Stosch. Klick, klapp, da kommt ein Stosch. Klick, klapp, schnell ab ins Wasser! Ich bin ein Frosch, Quak, Quak, ich bin ein Frosch, Quak, Quark, Quark, ich bin ein Frosch, Quark, Quark, ich bin ein Frosch.